Also meine Erwartungshaltung wurde übertroffen, weit übertroffen. Das war so geil, was wirklich dort passiert ist, was dort abgegangen ist auf diesen zwei Tagen. Das kann man eigentlich vorher überhaupt nicht erwarten. Wie Einzelcoachings in einer Gruppe von über 800 Teilnehmern passieren, die die ganzen Teilnehmer mitnehmen, die eine Verbindung dieser Gruppe herstellt, wo du mitlebst, wo du Freude daran hast, was hier jetzt einfach passieren darf. Wie sich etwas, was Menschen jahrzehntelang mit sich herumtragen, in wenigen Minuten in nichts aufgelöst wird. Und das kann man einfach mit Worten gar nicht beschreiben, was man da empfindet, was man da fühlt. Und das kann man auch vorher nicht wirklich erwarten. Und das war nicht einmal. Das ist immer wieder passiert auf diesem Event und das war einfach sensationell, magisch. Es gibt auf dem Level Up für jeden Teilnehmer eine Riesenchance zu wachsen. In einem Ausmaß, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Auch binnen kürzester Zeit. Es gibt eine Chance, wenn man den Mut hat, sein Thema dort anzusprechen, dass man von Altlasten binnen kürzester Zeit wirklich befreit ist. Dass man als komplett anderer Mensch dieses Event verlässt. Und das ist einfach eine Chance. Ich kenne Menschen, die gehen zehn Jahre zur Psychotherapie. Oder noch länger. Und kommen da einfach nicht raus. Fahr auf ein Level Up, kann ich nur sagen. Du kannst es in weniger Minuten lösen. Und das zu erleben, ist einfach abgefahren.